Hallo und herzlich willkommen zu diesem, ja, kleinen Informationsvideo, Fragevideo, wie auch immer es genau sein wird. Nun, ähm, ich werde hier wahrscheinlich eher ein bisschen labern, wahrscheinlich irgendwie altes Zeug im Hintergrund packen oder so, aber eher ein Labervideo, ne, wie es manchmal sowas gibt. Und ja, worum sollte es gehen? Ihr seht schon am Titel, noch ein neuer Kanal. Ja, so ist es zumindest geplant. Ähm, also ihr wisst ja vielleicht, ich habe jetzt natürlich diesen Hauptkanal Rayfreak, dann habe ich noch meinen Musikkanal und, äh, jetzt eben noch einen Kanal und warum mache ich das Ganze? Ähm, also ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es wirklich tatsächlich so dann machen möchte. Ähm, es handelt sich um einen Kanal, den ich RayDev genannt habe. Das kann man sich vielleicht schon ableiten, worum es dort gehen soll. Äh, das Dev steht natürlich für Development und, ja, dort würde ich gerne die ganzen Videos, äh, ja, zu Sachen hochladen, die ich halt entwickle, wie jetzt, ähm, in diesem Fall eben meine Rayman-Map, aber auch, ähm, falls ich dann später mal das Fangame weitermache oder irgendwie, äh, irgendwelche Scripts vorstelle, irgendwie sowas, na, dass diese ganzen Sachen, äh, gesammelt auf diesem Kanal sind. Ähm, warum möchte ich das machen? Äh, es hat, denke ich, den Sinn, dass, ähm, ja, dann hat man halt diese ganzen Inhalte, die jetzt zum Beispiel nur zum Map gehören, immer auf einem Kanal. Ich meine, wenn ich jetzt als, ähm, nicht deutschsprachiger, äh, Interessent der Map komme, also ich komme vielleicht zufällig irgendwie auf ein Video, ähm, gerade die Videos von der Map generieren ja auch ganz gut Aufrufe. Also, ähm, genau, also angenommen, ich bin jetzt jemand von denen, sehe, ah, okay, das ist cool, das interessiert mich, klicke ich auf den Kanal, um zu schauen, ob ich da vielleicht mehr Informationen kriege, und dann sehe ich erst mal, ähm, ja, 5000 Let's Play Videos, die alle auf Deutsch sind. Und dann denke ich mir, okay, keine Ahnung, was das soll, und bin halt wieder weg, so, ne, dann hat man den verloren. Was natürlich sehr schade ist. Und deswegen finde ich es eigentlich sinnvoll, so einen anderen Kanal noch zu haben, weil wenn derjenige dann auf diesen Kanal klickt, sieht er eben entsprechend die ganzen Videos, äh, zu der Map, und, ähm, ist vielleicht interessiert, und abonniert dann vielleicht den Kanal auch eher, weil er dann sich denkt, äh, okay, ähm, hier kriege ich nur Informationen zu der Map, das interessiert mich, und ist ja auch schön, ne, da kriegt er halt die Informationen. Und wenn mich jetzt irgendwas interessieren würde, irgendeine Map, äh, nehmen wir mal an, von Englischsprachigen oder vielleicht noch extremer, dann Französisch, was ich nicht verstehe, aber ich finde die Map zum Beispiel cool, oder irgendwie sein Development cool, ähm, dann würde ich den natürlich dann trotzdem nicht abonnieren, weil meine Abobox vollgespalten wird, mit irgendwelchen Sachen, die mich nicht jucken, und verpasse dann eventuell aber coole Sachen, die er macht, äh, und die er zeigen möchte. Ja, deswegen, das ist so der Gedanke dahinter. Äh, der Puki hat ja zum Beispiel auch schon vor einigen Jahren seinen, äh, kleinen, äh, Development-Kanal aufgemacht. Ich hätte es viel früher machen sollen, weil jetzt ist natürlich das Problem, was ich habe, und wo ich mir auch noch nicht sicher bin, ob ich das dann tatsächlich dann eben machen werde. Ähm, dass natürlich, wenn ich jetzt irgendwas zur Map zeigen wollen würde, würde die Sache auf Rave Week, äh, viel mehr Aufmerksamkeit kriegen, ist ja klar. Ähm, und deswegen, ja, also ich bin mal überlegen, ich hab jetzt schon ein Video, ähm, auf den neuen Kanal hochgeladen, einfach mal, um zu schauen, wie es da so läuft, aber das war natürlich klar, dass es, äh, also ich hab's dann auch kurze Zeit auf Rave Week aufgenommen, ähm, dann aber wieder hochgestellt. Ja, also der Plan wäre eigentlich, dass ich dann die ganzen Videos, äh, auf meinem Rave Week-Kanal halt alle offline nehme, und dafür alle auf dem neuen Rave Week-Kanal hochlade. Ähm, ja, ist halt, also ich sehe es ja auch an den Statistiken, ich kann halt, ich kann's ja sehen, dass die ganzen alten Videos, äh, so Rayman Map, zum Beispiel das Custom Model Script, wo ich das vorgestellt hab, oder auch der Walkthrough oder so, ähm, die kriegen immer noch permanent ziemlich gut Aufrufe, äh, also da geht's jetzt nicht um die Aufrufe oder so, aber was da halt ein cooles ist, dass man Interessenten für die Map gewinnt, ne? Also wenn jemand, äh, zum Beispiel das Custom Player Model oder den Walkthrough sich anschaut oder halt reinklickt, ähm, dann sieht er halt, dass es da eine Map gibt, und dann kriegt man vielleicht neue Interessenten für die Map oder auch für GingerCraft gewonnen. Und das find ich cool. Und, äh, ja, das ist dann halt schwierig, wenn ich diesen neuen Kanal habe, wird das wahrscheinlich alles wegfallen. Ähm, und... Deswegen weiß ich noch nicht, wie ich das genau mache. Also wenn ihr da irgendwie, äh, Tipps oder Empfehlungen habt, könnt ihr mir die natürlich auch liebend gerne in die Comments schreiben. Ähm, ja, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also ich weiß auch nicht, ob ich, wie, wie ich's mache, wenn ich jetzt ein neues Video zum Web veröffentliche, ob ich die dann auf beiden Kanälen erstmal veröffentliche und dann irgendwann auf RayFreak offline nehme. Oder ob ich sie jetzt nur auf dem RayDev-Kanal machen soll. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es ist echt schwierig zu sagen. Ähm, also, ja, ähm, wenn ihr da irgendwie, äh, also, Tipps habt oder ihr könnt gerne eure Meinung schreiben, was ihr denkt, was da sinnvoller ist. Also, ich find's auf jeden Fall sinnvoll, so einen neuen Kanal zu machen. Ähm, hätt allerdings, wie gesagt, schon viel früher machen sollen. Denn, ja, also es ist wirklich nur sinnvoll. Es ist nur sinnvoll, die Sachen eigentlich zu trennen. Ähm, weil man spricht da mit ganz anderes Publikum an und, äh, ganz andere Zuschauerschaften. Und, ich, ähm, ja, find's dann einfach, äh, ja, bisschen schade, wenn man dann, ähm, die Leute dann auch irgendwann wieder verliert. Weil ich lag jetzt ja nicht wirklich viel zum Web hoch. Und wenn dann halt irgendwann mal was kommt, dann verpasst man das. Und, ja, ist natürlich schade. Also, deswegen, ich denke, es ist sinnvoll. Aber schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Ähm, natürlich abonniert RayDev. Ich weiß auch noch nicht, äh, wie ich den Kanal, ähm, wie aktiv ich den machen werde. Vielleicht je nachdem, was ihr dann sagt. Aber auch wenn ihr alle sagt, nee, das ist, ist Schwachsinn, lasst es. Dann lasse ich es. Ähm, genau. Muss ich mir noch überlegen. Ähm, ja. Auf jeden Fall, äh, den Kanal habe ich schon erstellt. Schon vor ein paar Wochen. Also, der, der, der ist schon da. Und, genau. Mal schauen, wie ich es dann weitermachen werde. Ja, also Link überall zu sehen. Hoffentlich hier zu dem Kanal. Äh, um ihn zu abonnieren. Und, genau. Also, aktuell, wie gesagt, ist ein Video hochgeladen. Und, dann werde ich aber jetzt nach und nach im Laufe der Zeit die alten Videos dort alle auch noch hochladen. Und, also wirklich alle Videos. Also, jetzt auch zu diesen Fan-Games-Geschichten und so, ne. Dass man da einfach quasi die Übersicht hat über die ganzen Videos. Und auch die, die, die Script-Videos würde ich dann auch auf Ray Offline nehmen, auf Ray Freak und dann auf Ray Def hochladen. Ja, also, wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Comments. Und, dann schauen wir mal. Ähm, also, wie gesagt, ich finde es sinnvoll. Aber gut, das war es eigentlich schon von diesem kleinen Video. Einfach nur, äh, um das anzukündigen. Und, ja. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören, Zuschauen, wie auch immer ihr euch das mitgegeben habt. Und, dann sehen wir uns hoffentlich auf Ray Def wieder. Äh, oder ansonsten dann natürlich auch hier auf diesem Kanal. Gut, also, vielen Dank fürs Zuschauen. Und auch einen schönen Tag euch. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein!